Schönen guten Tag, mein Name ist Taro Grafelsberger von Remaxeco in Gensandorf. Ich stehe hier auf einem 1300 m² großen wunderbar angelegten Grundstück mit einem tollen Haus, das über sehr viele Gimmicks und besondere Ausstattungen verfügt. Wir haben hier zum Beispiel im Keller einen wirklich wunderschönen Indoor-Bull. Wenn ihr Lust und Laune habt, macht mir jetzt eine kurze Führung durch dieses Haus, dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020